Menschen, die ich liebe, willkommen zurück zum Lovebook. Heute mit Luis, dem französischen Austauschschüler. Ich war in der Schule und für eine Woche sind französische Austauschschüler zu uns in die Schule gekommen. Ich war so sauer, weil er war nicht mein Partner. Meine Partnerin war Emily und sie hat mir als Geschenken einen Stein mitgebracht. Aber im Klassenzimmer saß Luis genau vor mir. Zu der Zeit war mein Arm gebrochen, weil ich vom Pferd gefallen bin. Und Luis war immer so süß zu mir. Hat einmal meine Bücher getragen und einmal hatte er so Macarons dabei und die hat er auch mit mir geteilt. Ich habe auch kein Wort verstanden, was er zu mir gesagt hat. Ich habe nur verstanden, bonjour, qu'est-ce que c'est? Keine Ahnung, wahrscheinlich hat er mich beleidigt. Luis, falls du dieses Video siehst, bonjour, qu'est-ce que c'est? Lass treffen oder so.